So, sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen zum letzten Winners Final dieses Masters in Ludwigsburg. Und diese Gymnastin dürfte Ihnen mittlerweile bestens vertraut sein. Jana Bartwischner, in allen vier Handgeräten stand sie im Finale im Winners Final, hat einmal gewonnen. Und mal sehen, was sie hier mit den Kollen macht. Und die angeblich 17-Jährige aus Taschkent mittlerweile auch wieder in einem neuen Gymnastikanzug. Gleich von Beginn an ein Riesentempo. Auch natürlich mit den Kollen werden Würfe gefordert, Pirouetten. Es gibt übrigens neuerdings nach den neuen Wertungsvorschriften keine Stände mehr. Früher waren sie ja gefordert, die sind abgeschafft worden, um den Übungsfluss nicht zu beeinträchtigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, tolle Vorführung der Jana, über die wir ja mittlerweile schon ziemlich viel wissen. Gebürtige Usbeke übrigens, ihre Eltern sind mit ihr dann in die Nähe von Moskau gezogen, damit sie bessere Trainingsbedingungen hat. Leben dort aber in bitterster Armut, beide ohne Arbeit. Die Usbeken sind in Russland leider nicht so anerkannt.